hallo wie ist martin von meine mann keys das ist die dax analyse für nun donnerstag den 7.11.2024 und da hat es noch mal ordentlich geknallt dann auch am mittwoch noch die nacht war schon deutlich volatil gewesen haben wir über den mittwoch dann noch mal mitbekommen ich habe nun extra mit der analyse ja auf noch gewartet für euch in der hoffnung euch da noch ein bisschen mehr wert eigentlich oder ja doch mehr wert bieten zu können als wenn wir es zum abend vorher gesprochen hatten ich glaube das ist auch bedingt der fall gewesen auch wenn wesentlich mehr passiert dass wir das was in der analyse besprochen hat also ich wir hatten ja primär darüber gesprochen dass er sich da oben eben noch reinhauen kann wenn er hier rein startet und dass ich irgendwie raus drückt auch über 300 dass er dann locker in die 400 und dann bestimmt auch in die 480 500 da reinziehen kann da hat es auch jemand geschrieben danke dafür habe das gleich noch gemacht und mitgenommen und ganz ehrlich ich habe hier oben den geistig im kopf schon abgehakt gehabt ich dachte er bleibt hier oben stehen ähnlich wie der lastag zum beispiel das gemacht hat er das genauso so gemacht wie es mir hier vom dax vorgestellt hätte einfach oben stehen zu bleiben und dann hinten raus dann noch ein bisschen drüber zu gucken aber der hat sich dann noch mal runter geworfen der hat dann hier unten so eine kante gehabt bei 400 350 die hätte er nicht unterbieten dürfen hatte dann aber gemacht haben wir in der analyse so jetzt noch drüber sprechen können dass die kannte er noch nicht gab im premium hat man geschrieben wenn er unter 350 fällt macht er da noch dass das xeter gab bei 250 zu das war die xeter kante genau daher kam das ja der hatte 9 uhr hatte der 350 dann schon eröffnet sich weiter hochgestoßen dadurch 100 punkte gäbe stehen gelassen und wir hatten ja gesagt dass er in der us-wahl eigentlich das gap immer direkt noch schließt am folgetag hatte dann hier eben auch gemacht und ist also wirklich gespiegelt ja durchgerannt das was wir gestern gesagt haben zu obama mit den aufwärts gäbe es wo es dann danach geknallt hat und der markt ist zurückgefallen und auch noch weiter das hat er jetzt hier tatsächlich gemacht weil es war es war wirklich ein aufwärts gäbe ich habe nur wirklich gedacht wenn ich eine stunde vorher oder eine dreiviertel stunde vorher vorm acht euch das einspreche dass man dass ich das dann nicht nochmal so krass dreht das hätte ich nicht gedacht sonst hätte ich nicht gewartet ja dann hätte ich es auch schon um drei einsprechen können aber der ist wirklich von von 19 100 mal komplett durchgepolkt und hatten einen aufwärtsgepray eingestellt also ja so jetzt die frage was machen wir damit also einmal komplett nach unten durchgeladen sieht hier ganz komisch aus ein bisschen wie ein doppelboden aber ich will jetzt eigentlich nicht so sehr nach oben ausreden was haben wir jetzt wir haben jetzt donnerstag donnerstag dann auch gut noch mal hin und her laden oder in übertreibung gehen da sollte man vielleicht im tag ist start anfangen mit unserer heutigen analyse machen wir machen wir so wir gucken erst mal ein tag ist start rein ich hole mal raus hier und sprechen mal über übertreibungsmöglichkeiten die er jetzt hat denn wir haben hier unten jetzt ganz klar einen kleinen doppelboden stehen auf der 19.000 und können hier schon mal sagen sollte der per stundenschluss am am donnerstag jetzt unter so ne 19.000 fallen und vor allen dingen per tagesschluss wäre es noch schlimmer wird es sich nach unten dann raum frei machen in unseren feil hier reinzufallen ja in dieses in diese vakuumzone ja die 18 900 ist noch mal wieder stand die kann auch halten also es eine unterstützung ja die kann nach oben noch mal aufgedreht werden aber fällt er dadurch hat der dax durchaus das potenzial über den freitag und montag dann hier runter zu rutschen also würde das jetzt nicht am donnerstag naja gut ne wird er nicht am donnerstag machen hier war das volumen drin hier war die wahl er würde am donnerstag würde das schaffen es ist die gleiche spannung wie am mittwoch aber kann man nicht vorstellen dass er am donnerstag diese bewegungsdynamik aufrecht erhält wobei man ja sagen muss dass diese bewegungsdynamik ja wirklich der ist es ja mehrfach abgelaufen strecke der war in der nacht 400 100 dann wieder hoch auf 500 von 500 runter auf 19.000 wieder zurück ja es ist schon ja jetzt die frage wie viel plant man jetzt am donnerstag ein ich würde es so machen ich würde es so machen gehen wir per stundschluss unter 19.000 raus am donnerstag kriegt er das potenzial a in die 18 9 10 18 8 90 rein zu laufen und dann würde ich wirklich sagen solange der auf rote stundenkerzen stehen bleibt lassen wir den nach unten raus machen und soweit wie er bis 15 30 dann kommt wenn er durchfallen will kann er dann kommen das kann muss man so sagen das kann hier unten das potenzial wäre da also wenn ich die bewegungsspanne hier gucken das sind ein bisschen knapp 600 punkte und das nach unten abtrage dann passt das und er hat an dem tag das mehrfach abgeladen das heißt wenn er jetzt hier in einem rutsch 600 punkte machen wird über den ganzen tag verteilt wäre das weniger bewegung als gestern weil auch wenn es die gleiche spannung ist aber es wäre weniger bewegung weil das nicht so viel abläuft und es würde reinpassen ich gehe schon davon aus dass weniger bewegung jetzt kommt aber das würde dann noch einfach als wäre es zum donnerstag schon erreichbar auch wenn ich tatsächlich an einem montag sehen wird die jetzt so ein tief dennoch er muss unten drunter er muss unter den 19.000 ganz klar muss unter den 19.000 und dann können sich das aktivieren er hat dann hier diese unterstützung auf der 18 900 die muss halt kaputt dann muss er durch am besten auch von unten nochmal an sondern 19.000 abstoßen also von unten wieder auf das wäre doch schön ja von von oben auf die 18 900 hochdrehen an die 19.000 von dort abstoßen und von dort unter die 19.000 unter unter die 18.900 wieder drunter das wäre negativ zu werten wird ihn begünstigen hier unten rein zu fallen und dann könnt ihr das noch voll machen ja das würde ich auf der unterseite als übertreibungsmöglichkeit auch am donnerstag mit einbeziehen wie gesagt er muss das für mich nicht in einem rutsch machen aber solange auf roten stunden kerzen liegt am donnerstag wird ich ihnen dann unten raus erst mal machen lassen denn der markt orientiert sich immer an der vorherigen bewegungswelle und die bewegungswelle hier ist halt eine ordentliche klatsche also orientiert der markt sich an der bewegungswelle nach der aufwärts dann steht bei 18 700 hier jetzt mit dem nächsten satz und von daher würde ich schon sagen okay das risiko hat er aber muss unter diesen doppelboden drunter sollte er den doppelboden hier tatsächlich stehen lassen und uns mit einer grünen kerze reinkommen mit einer grünen stunden kerze würde ich sagen gehen wir zunächst in die 200 zurück ans mittlere band hier ja und dann müsste sich dort beweisen ich könnte mir vorstellen dass er von dort auch noch mal stress kriegen kann nach unten sollte er das aber gemein das wäre für mich dann auch so eine stelle wo ich gucken würde mit der stunden kerzen ja bleibt er dann auf grüne stunden kerzen stehen und dreht sich nicht auf eine rote um würde ich sagen sollte man ihm oben raus auch platz lassen weil er kann aus der konstellation heraus in der bewegungswelle wie er sie hier stehen hat aus weil wir von hier wenn ich das drin haben muss das als korrektives bewegungsmuster gewertet werden und hat natürlich zur konsequenz dass wir egal was hier passiert eigentlich immer damit kalkulieren sollten dass der normal komplett hoch schießt sowie runtergestochen hat als bereinigung der welle na also das kann auch durchaus sein dass hier noch nach oben was gezündet kommt und deswegen würde ich oberhalb von was nehmen eigentlich oberhalb von dem doppel boden muss man sagen oberhalb des doppels bodens also oberhalb von 19.000 wären grüne stunden kerzen eher für mich ein signalgeber nach oben richtung 19 200 die gucke ich mir ganz genau an und kommt er da drüber ganz ehrlich kommt er da drüber über 200 230 wieder gehe ich fast davon aus dass wir wieder in die 300 reinlaufen wieder in die 400 reinlaufen und am tagesende bestimmt sogar wieder an der 480 500 stehen ohne quatsch ja aber es wird hier reinpassen es wird hier durchaus reinpassen aber der knackpunkt für 230 also 200 230 läuft hier rein riesig erstmal erstmal reaktion nach unten einplanen wird bestimmt kommen aber ein bisschen auf die kerzen nach ruhig immer mal ein bisschen auf den h1 gucken dass das das seht ihr auch wenn ihr jetzt hier im nachhinein drauf guckt auf diese bewegung das sieht so klar aus ja und wie viele von euch haben sie in so einer bewegung dann langs drin rumgefummelt es ist einfach immer hilfreich die kerzen wenn der markt ein bisschen sich aufbläht auf die auf die kerzen zu gucken natürlich wird man sich immer zu 100 prozent damit auch treffen aber es hilft ein ungemein dabei von den minus trades die man ohnehin kassiert einfach 455 auszusortieren wir haben versucht ein bisschen in der bewegung zu bleiben ja und so erwarte ich das eigentlich am donnerstag im ähnlichen format ja ich denke dass hier noch ein bisschen spannung drin ist aus dem vortag die sich hier auch noch weiter entladen kann ich gehe schon davon aus dass wir uns ein bisschen beruhigen also dass er diese intensität diese ausschläge dass sich das ein bisschen reduziert aber das heißt nicht dass wir ja nicht 400 500 punkte noch mal zurücklegen können am mittwoch am donnerstag schuldigung oder donnerstag ist ja bin nicht verkehrt donnerstag donnerstag ist ja also gilt das deswegen aus der konstellation heraus wir bleiben dabei ich glaube den fall könnt man den habe wieso sind ja überhaupt dann kann man hier stehen lassen also ja hier auf der auf der 89 100 das ist ein support kann da oben drehen aber wenn er da durch rötet nach unten gibt ihm ruhig ein bisschen mehr ja und dann wirklich ganz wichtig so zwischen ich sag mal zwischen 19.000 und 19 2 30 ist so ein bisschen wie schwurbelzone da kann er sich für kann er sich auch zur seite entladen wenn er wenn er ein bisschen das aufzögern will aber geht er über 200 230 ist für mich eher aufwärts das ist eigentlich hier schon wenn er wenn er hochdrückt denke ich wir laufen die 230 an aber ich kann mir gut vorstellen dass die deutlicher reagiert und dann ist die frage wie stark reagiert das halt noch dort wie stark reagiert das möchte ich dann hier nicht mich nicht für festlegen wollen würde ich gar nicht wollen das würde ich mir angucken wollen dann wie reagiert er und aus der reaktion dann deuten wenn die ganz flach ist dann dann schießt er noch mal oben raus und wenn er hart genug von 230 runter kommt dann kann er noch mal probieren ein doppelboot zu gehen und wenn der doppelboot dann bricht kriegen wir eine 89 100 das können wir auch fix nehmen und wenn die 89 100 nach unten bricht können wir auch fix nehmen dass dann schon fast richtung 186 50 geht und von daher haben wir eigentlich ein schönes abschließendes paket und gucken mal was wir draußen macht naja hier hat letztendlich das auch ich sag mal gepasst auch wenn ich das nicht nicht erwartet hätte dass er noch mal so zurück schnallt aber ist so nehmen wir an und verarbeiten das jetzt freunde ich wünsche euch viel erfolg am donnerstag gutes gelingen lasst euch nicht kaputt machen ja ja enge stops sind hilfreich und vor allem mit den gerzen mitzugehen das ist ganz 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 wichtig ja nicht irgendwo rein hacken und dann stundenlang im minus das anstarten natürlich kommt sowas auf einen stand wieder raus ja in so einer seitwärts geknallten phase aber wenn ihr verpasst die dinge hat dann abzuschießen und der markt rennt euch weg dann kriegt ihr auf die fresse und wer habt ihr gar kein geld verdient in dem moment wo ihr so schöne punkte abgespult sind ja als dass man da mit den gerzen versucht zu handeln immer mal ein bisschen was mitnimmt realisiert auch riskiert auf einen stand wieder raus fliegen ja aber das ist der bessere weg ja das ist definitiv der bessere weg als die ganze zeit im minus so irgendwas auszusitzen um dann doch wieder auf einen stand zu schließen mit dem risiko dass wenn es dann doch nicht klappt und der markt auch nicht zurückkommt man halt voll auf die schnauze kriegt das ist auch nochmal vielleicht wichtiger hinweis hier in dem moment weil schnelle bewegung kitzeln die instinkte von uns kitzeln die instinkte von uns weil warum es wirkt für uns unnormal wir sehen links den chart wir sehen diese kerzen wir sehen die abfolge und wir sehen so eine kerze und das wirkt für uns nicht passend also sagt unser unterbewusstsein der markt muss das ja wieder rausnehmen der muss das ja wieder passend machen also handeln wir in so eine bewegung lang instinktiv ganz instinktiv aber das ist halt nicht so die art und weise wie man an der börse dauerhaft geld verdient das ist das instinkt getrieben denken von was was wir in uns haben gegen das wir gar nichts können das kriegen wir von geburt mit das ist der grund warum es die börse gibt weil nämlich die wenigen reichen die ganz 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 viel geld haben andere dafür bezahlen dass sie von den ganz 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 vielen kleinen leuten das geld in der börse sammeln und nach oben schieben zu denen die das genug geld haben wie kriege ich dazu dass alle leute ihr geld verlieren ich muss dafür sorgen dass der markt sich so bewegt dass die leute wenn sie sich auf ihre instinkte verlassen falsch liegen das ist ganz einfach ganz einfach erklärung und so kriegt man es hin dass 95 prozent der privatanlieger ihre kohle liegen lassen und das geld schön nach oben getragen werden kann dann kann man sich aber auslösen man muss sich bewusst machen muss ich wirklich bewusst machen worauf achtet man und wann lässt man sich triggern wann lässt man sich küttern wann lässt man sich von karten spannen und sobald man merkt dass man sich von karten spannen lässt sofort sagen alter fick dich mag nein nicht mit mir ich stehe da drüber dann mache ich jetzt hier mal nichts guckt mir das an beobachte dich und wenn ich sehe aha du gibst mir ein zeichen kleine flagge dreieck massiert rücklauf ist zu flach dann gehe ich rein und dann hole ich mir meine punkte das funktioniert nur instinkt ist zockerei ja mal klappt das mal klappt das nicht ob unterm strich bleibt dann auch das ende dann eben nicht viel übrig und darum soll es ja gehen dass eben was übrig bleibt heute macht's hübschen tschüss